Affoltern am Albis profitiert von seiner zentralen Lage zwischen Zug und Zürich. Die 11'000 Einwohner schätzen die hohe Wohnqualität und die attraktiven Anerholungsgebiete wie die Nähe zu Zürich und Zug. Sowohl mit dem öffentlichen wie auch mit dem privaten Verkehr ist Affoltern perfekt erschlossen. Per S-Bahn in knapp 30 Minuten in Zürich und in 15 Minuten im Zug. Die nähe Autobahn bietet am Individualverkehr schnellen Zugang in alle Richtungen. Mit dem neu gestalteten Zentrum Oberdorf bekommt die Gemeinde Affoltern am Albis an zentralen Lagen Überbauung mit Migrosfilialen, Praxis- und Dienstleistungsflächen sowie modernen Mietwohnungen. Das Wohnungsangebot begeistert mit cleveren durchdachten Grundrissen in den zweieinhalb Zimmerwohnungen bis hin zu den gräumigen viereinhalb Zimmerwohnungen. Man ist auf dem Land aussen, ich fühle mich hier trotzdem wie die Stadt. Man hat alles, man kommt alles rüber. Es ist sehr zentral, man ist hier zumindest eine halbe Stunde in Zürich. Für mich ist es sehr praktisch, ich komme vom Job nach Hause, fahre gerade in die Garage hinein, habe gerade den Migros oben dran. Die Poffe ist gerade in der Nähe, die Apotheke. Man hat eigentlich alle nur gebraucht, gerade den Bus. Es hat ein herrschiges Kaffeesohnen, wo man sich auch mit Freunden treffen kann. Das Konzept ist so schlicht wie effektiv. Im Zentrum Oberdorf ist Wohnen, Arbeit und Einkaufen unter einem Dach möglich. Hier im Zentrum Oberdorf haben wir über 1000 Quadratmeter grosse Helle, Büro- und Gewerbfläche zum Vermieten. Die Fläche befindet sich im Edelrohbau. Was für Sie ein Vorteil ist, Sie können es nach jedem Wunsch ausbauen. Die Rüglichkeiten sind unterteilbar für bis zu 4 Meter, die jeweils separate Eingänge haben. Und jetzt machen wir doch gerne einen Notgab. Die Fläche befindet sich im Edelrohbau.